Ja, Profi lagst du ganz zum Schluss. Achso, jetzt interessiert ihn ja kein Timeout mehr. Alter, was habt ihr denn heute für Teams dabei? Sonst kommt ihr nur mit Good Stuff. Ja, sonst kommt bloß Good Stuff und heute ist halt... Was ist denn heute los? Tja, heute bist du der Tryhard. Stimmt, so. Stimmt, ich kann jetzt auch meine Webcam anmachen. Meine Android-Kamera wird jetzt auch als Webcam anmachen. Hatte ich mit euch schon mal probiert. Immer wird der Ruder abgeschmiert. Also wir fangen an Destiny Starman, Schatz. Wir fangen an Destiny Starman. Also nach dem Stream... Ich schätze mal so bis um 11. Wie viel haben wir jetzt noch? Drei. Ja, bis um 11 ungefähr. Und danach werde ich dann Destiny spielen. Also, falls es euch interessieren, könnt ihr gerne da bleiben. Falls nicht. Damit ihr schon mal bescheiden wisst, dass es dann ab um 11. Oder kurz nach oder vor um 11. Dann... ...was anderes gibt. So sieht's aus. So, mal kurz Team-Spiel starten. Dass er da ist. Hier mit dem... Licht... ...Funkel-Dings da. Licht-Funkel-Dings da. Dem Boost auf 25. Ja, wir wollen das jetzt machen. Weil wir müssen halt die gute Rüstung. Kriegst du den jetzt teilweise anfängst oder musst du den erst abholen? Na, pass auf. Du löscht deinen alten Charakter, ne? Machst einen neuen. Ja. Gehst mit dem ins Spiel. Ja. Musst die erste Mission machen, bis du in den Turm kommst. Ja. Und dort in der Poststelle gibt's den. Den musst du dir holen. Den musst du dir holen. Oder kannst du den holen. Den gibt's nur für den ersten Charakter, wenn du nicht einlogst. Na ja, ich weiß halt nicht, was ich da für ihn nehmen soll, weil... das ist nur 15. Ich würde das un- gern... ... meinen... ... meinen Warlock oder meinen Hunter da mitnehmen. Ich würde das für den Titan wirklich nehmen, weil der ist... Der ist... Der hat damit am wenigsten interessiert. Alles klar. Noch nach Deutsch. Hm. Also würd ich's machen, weil den Titan brauch ich jetzt erst mal ne, aber der Warlock würd's ja gerne leveln ruhig. Mach mal von vorne, you know? Ich liebe Niederkling. Niederkling ist cool, das stimmt. Dann machen wir das so. Weißer Akkus und Klausel ist viel, viel geiler als als Niederkling. Echt? Ich find das auch Niederkling. Das geht. Mach mal was so. Rät weiter. Ich muss überlegen, wie ich das gerade am besten mache. Also bei dir ist klar, du löschst deinen Titan. Machst dir den Titan. 9 Titan. Machst dann so lange, bis du da dieses Ding abholen kannst. Gehst du da raus. Löscht dann deinen Warlock oder was auch immer. Und dann machst du mit dem ganz normalen. Tschüss, hallo. Sag tschüss zu hallo. Tschüss, hallo. Tschüss, hallo. Tschüss, hallo. Tschüss, hallo. Tschüss, hallo. Äh, Profilaxo, schreib mir mal deine Skype-ID bitte privat. Also flüssst du mich mal an mit deiner Skype-ID. Will der auch mit hier rein, oder was? Wiss ich nicht. Schon, ne? Da hab ich mich grad gefordert, ob ich Skype-IDen kann. Das lese ich. Oh Gott, ey, jetzt kriegst du die ganzen Fanboys in Skype. Ne, das sowieso nicht. Das würdest du persönlich machen. Bloß bei den Leuten, die ich halt kenne. Wo ich halt weiß, dass sie mir ohne den Sack gehen permanent. Ja, dann ist die eine Frage, warum du mich drauf hast. Weil du auf eine gute Art und Weise nervst. Da hast du einen Käse abschonig gehört, ey. Hey, ich hab jetzt versucht, das Ganze nett zu verpacken. Ne, mein Film ist was. Ach, André. Ach, was ist denn das? Ach stimmt, das kommt ja auf YouTube. Scheiße. Was? Auch nix. Was hast du gesagt? Bis 100. Bis 100 kommt ja noch auf links. Ja. Ich hoffe, das ist schon nach 100. Keine Ahnung. Ne, klubschne. Fuck. Was hat der jetzt gesagt? Nix. Sag mal bitte. Oh man. Oh man. Oh man. Oh man. Oh man. Das willst du nicht wissen. Das hat er jetzt gesagt. Sag doch. Mann, es kommt eh auf YouTube. Sag doch einfach nochmal. Pass auf. Es ging ums Nerven, ne. Da hat er gesagt, so wie ihn. Ja. Und ich so, ne er nervt auf ne gute Weise. Ja. Ja. So Käse hat er noch nie gehört. Hab ich gesagt? Nein, ich hab's versucht, das nett zu verpacken, eher als wie mein Penis. Und ich so... Ja und? Mein Gott, das Ding ist mal ne rum, mit Pussis. Ich vermisse Laurus in den Streams. Ja. Nein, Laurus wär nicht lieb. Der ist jetzt, glaub ich, gar nicht da, oder? Das ist mir gerade ein lieb. Habt ihr lieb. Ein betretenes Schweig. Ein betretenes Schweig. Was, als es um Laurus ging? Ja, hab ich doch gerade gemerkt. Laurus ist da. Aber er sagt halt nichts. Nein. Der ist Laurus. Nee, Laurus ist nicht da. Nein, Laurus ist nicht da. Er ist nur gepackt. Aber Laurus ist super alt. Und trotzdem nirgendwo. Tom ist da. Das Brot. Ja, der ist da. Was heißt eigentlich hier? Ein Penisor. Ein Penisor. Oh, ich hasse dich. Ich hasse dich. Ich hasse dich. Anbänden. Anbänden. Slash anbänden. Ne, Laurus ist hier. Ne, Laurus ist nicht gebannt. Ich weiß, trotzdem. Ich try heute gut rum. Er wird wahrscheinlich trotzdem verlieren. Ilumis. Too strong? Ja. Too mit Doppel-O? Ja. Da ist ein bisschen Ruhe. Das kann auch passieren. Mein Gott. Was? Kann es halten den Witz? Irgendwer hat bei... Also André hat ja ein Video gemacht mit dem Titel Grow Don't Too Strong. Too allerdings nur mit einem O. Da hat er in den Kommentaren gekriegt, dass es ja mit zwei O geschrieben wird. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ey. Das ist so schlimm. Ja, ne? Und da hat André mich gefragt, warum denn das schlimm ist, dass das nur ein O ist. Und nimm halt einen anderen Stift. Ne, aber später nicht. Am Bett, vor dir. Oh mein Gott. Du mein Scheißler. Ja, such du mal. Du kannst das. Ich höre dich gerade nicht. Bitte sag es nochmal. So, bei dir. Ja, ich weiß. Hab noch nichts zu sagen? Ähm. Außer, dass du es wagen kannst, etwas falsch zu schreiben. Wie geh dich erhängen? Was? Ich habe es gerade nicht verstanden. Bitte nochmal. Wie kannst du es wagen, etwas falsch zu schreiben? Geh dich erhängen. Achso, ja. Ja, echt. Raus. Komm. Echt. Verschwinde von YouTube, ey. Das geht gar nicht. Oh, da kommt der Moxie Boost. Da kommt der Moxie Boost. Ich liebe Gott. Also ich müsste das eigentlich viel öfters mitnehmen. Achso, jetzt bin ich Fame. Oh, jetzt gibt's noch die scheiß Taschenlampe. Mein Gott. Missed, ey. Unter deinem letzten DPL-Video ist der Shitstorm entstanden, ne? Gute. Ja, weil Akito irgendwo anders gespielt hat. Die sich alle drüber aufregen. Ja, aber es ist Shitstorm. Ich meine, es ist halt... Ja, aber es reicht doch, wenn es einer schreibt. Sonst muss doch nicht jeder dann noch sagen wie... Du will, du bist Kacke. Ich bin so schnell, der noch nicht gespielt hat. So... Hätte sein... Hätte sein... Dingsbums überlebt. Sein... Sein Spook Club. Ne? Hätte mir das total Probleme gemacht. Ich hätte das Stephen weggekriegt. Weil ich hab bloß noch dann Dingsbums. Mein... Mein... Meta-Groß, dachte ich. Und mein Traum. Niemand drauf hab ich da weggeschmissen, dachte ich. Das ist egal. Das ist egal. Ne, aber... Ja, trotzdem. Reicht ja, wenn es einer schreibt. Eigentlich schon, ne? Das hier, das? Ja. Und just pensier. So nimmt es nämlich nicht. Warum jetzt der Schwertanz und Kinn ruckzuck tief? Oder auch eine andere Attacke? Ja, sehe ich noch. Ja. Naja, er hat vielleicht auf die Full-Para gehofft, um mich noch irgendwie besiegen zu können. Ja, aber doch... Ich kann doch nicht auf Full-Para hoffen. Junge! Ich bin klar, das kann passieren, dass ich Full-Para bin, aber trotzdem. Wer hätte z.B. auch mit ihm miese Kerbwände machen können, dann hat das schon weg gewesen. Ne, was nicht. Doch, mit 4KP schon. Tja. Aber man hat es auch mal gespielt. Und hoff niemals auf Full-Para. Das klappt bei mir auch nicht. Wohl wahr. Ich meine, ich kann mich noch ran... Oh, ist dein Ernst hier? GG. Oh, ich kann mich auch noch an keinen von mir erinnern. Du musst eigentlich auch gerade lesen, aber danke. Ja, du doch mal. Ja. Ja.